Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ähm, Leute, ich muss es vielleicht nochmal erklären. Also im Titel steht wahrscheinlich sowas wie Mäuseparadies oder so. Ihr erinnert euch ja sicher noch an meine Mäuse, die ich neu bekommen habe. Ähm, und ich dachte mir, weil wir werden sie mal ganz kurz umbesiedeln müssen, weil wir ihren Käfig säubern wollen am Sonntag. Und ich dachte mir, na gut, David, du hast jetzt neue Mäuse, also mach auch was draus. Und ich hab ihnen hier ein bisschen was aufgebaut. Gut, ähm, ich erklär's euch mal ganz kurz. Hier, ich hab auch alle ein bisschen Namen gegeben. Hier hab ich so ein paar Berge hingebaut. Ähm, mit so kleinen, ja, Bäumen und so weiter. Ich will jetzt nicht zu viel vom Badezimmer zeigen, aber hier mit so kleinen Bäumen. Ist übrigens die Badewanne hier. Dann hab ich hier noch so ein kleines Werbeschild. Hier unten noch ein kleines Häuschen und da noch ein Häuschen. Und da hab ich den, ähm, das ist sowas wie eine Mine. Da hab ich den so ein paar kleine Nüsschen drinnen versteckt, damit die die finden können. Da haben sie noch was zu tun, dann wird der nicht langweilig. Und hier hab ich so kleine, hier hab ich so einen kleinen Flughafen hingebaut. Sieht nicht wirklich aus wie einer, aber naja. Und hier hab ich so kleine Palmen gebaut aus Streu, äh, also aus, ähm, aus Heu und noch ein paar kleinen, äh, Klopoppyrollen. Und hier hab ich eben noch so einen kleinen Wald hingebaut mit ein bisschen Heu, wo die sich drin verstecken können. Und, ja, Leute, ich wollt's euch einfach nur mal zeigen, ähm, und vielleicht können wir mir ja sagen, wie ihr das findet oder was ich besser machen könnte. Ähm, übrigens, ähm, alles hier haben wir nur von einer Marke gekauft. Also, beziehungsweise halt nicht die Klopoppyrollen, wie ihr gerade seht, nur Product Placement. Jetzt in dem Fall, es tut mir so leid, dass ich jetzt so viel Product Placement gemacht hab. War auf jeden Fall nicht mit 80, Leute. Ähm, aber ja, ich wollt's euch einfach mal zeigen. Und ihr, äh, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch an, das Video zu meinen neuen Mäusen. Ähm, ist, ist auf jeden Fall in der Liste drinnen. Ähm, und ich würd einfach mal sagen, Leute, hier ist noch ein Baum, der ist gerade in der Linse drin. Ich würd sagen, Leute, wenn ihr sowas ähnliches, äh, bauen wollt für eure Mäuse, dann hier ein paar Ideen, wie ihr es auf jeden Fall machen könnt. Ähm, und ja, Leute, dann würd ich einfach mal sagen, bis Mittwoch. Habt ein schönes, schönes Wochenende. Ich hab wegen einem häuslichen Studientag hab ich auch montags frei und ihr wahrscheinlich auch wegen Brückentag. Ähm, ja, Leute, das bedeutet, äh, wir haben fast alle, äh, vier Tage Wochenende, soweit ich weiß. Also genießt es, vier Tage Wochenende, schlaft aus, Leute, genießt es einfach, ähm, und ja, da würd ich einfach mal sagen, Leute, ich bin raus und ciao. Bis auf. Bis auf.